dieses vierhalter wo wir mit eisenrüstung herzlich willkommen auf den kanals gaming und heute spielen war wieder wie ihr sehen könnt eine runde minecraft insel und zwar zu einem neuen insel video denn dieser server also wo früher das haus und was war wurde einfach neu gemacht das heißt wir haben jetzt letztendlich wieder gar nichts einfach weil es gar keinen spaß mehr gemacht hat weil wir hatten alles deswegen kam auch keine videos mehr von diesem spiel weil wir halt einfach schon alles hatten und okay und ja es war halt einfach dann auch als es hat nicht mehr so viel bock gemacht weil dann keiner mehr online war und sowas heute sind wir wieder zurück und ich würde mal sagen wir fahren auch ein bisschen holz und es ist auch diesmal ein bisschen anders denn wir werden auch wieder zu weibel machen das heißt dass wir ja einfach nicht mehr jetzt eine city bauen wie wir es vorher gemacht haben sondern tatsächlich alle einzeln rumlaufen ich werde wie hier oben links wahrscheinlich schon sehen werdet wieder die sachen hier verpixeln weil ihr wisst ja die leute soll mich nicht sehen das heißt hier wird wieder alles verpixelt wir fahren jetzt erstmal ein bisschen holz weil das macht man logischerweise immer am anfang und dann ja zack es ist auch diesmal ein anderer hier atmen drin ja so wir machen jetzt erstmal zack 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 uns ein holz schwert und eine holz pickaxe so gut ach und man das mache ich denn hier so sag gut sagen wir mal kurz ein bisschen essen weil sonst bin ich tatsächlich ganz schnell also essen ist halt wirklich immer so dieses problem hier das muss man einfach mal sagen also wir machen auch denke ich mal definitiv keine teams mehr ich weiß es nicht ganz muss ich mal gucken ich glaube es ist auch tatsächlich heute es ist glaube ich auch neuer auf diesem server ich weiß es nicht ich habe also die anderen haben schon länger jetzt hier das gespielt also ich bin jetzt erst drauf das ist auch dieses erste video hier muss man hier kurz das hier runter packen so da ist auf jeden fall eine höhle und ich sehe da sind doch ich glaube das dorf ist kaputt mal gucken so hier ist das dorf ist hier irgendwas drin ne die haben hier alles rausgepackt äh holt ey was ein scheiß oha ich habe hier glaube ich gerade was gefunden den ofen nehme ich mit so und das hier nehme ich auch mit und kohle nehme ich auch mit und dann nehme ich auch steine mit weil dann kann ich direkt steinsachen machen gleich gehen wir dann mal in die höhle und gucken nach eisen oder ich mache das wieder offscreen weil im video ist das manchmal ist halt einfach kacke das zu machen muss man einfach mal so sagen weswegen ich das denke ich mal offscreen einfach mache so 1,2,3,4,5,6,7,8,9 und 10 so ich würde sagen wir machen hier auch mal kurz äh kurz ins essen weil wir haben auch keine läden mehr so aktuell sind glaube ich keine online ne nö gut das das ist eigentlich ganz gut weil dann sind wir jetzt hier alleine man kann können wir auch nicht angegriffen werden weil wir sind relativ nah am spawn also wir sind hier im dorf ne und ähm ja ist nicht so geil ich werde denke ich mal auch ganz weit weg gehen oder das kies da würde ich jetzt nämlich nicht herunter stellen das heißt ich werde jeden fall sehr viele blöcke weite von diesem dinge entfernt sein so wir machen auch mal und stein so zack und noch ne axt so bam so ok das haben wir schon relativ gut ausgestattet so wir fahren mal hier ein bisschen mehr stein so also es kann halt immer sein dass wir irgendwie noch ins team äh vom anderen kommen ich weiß es nicht äh ob wir jetzt hier komplett alleine alles machen ne wie der plan so von diesem server oder ob wir wieder äh sowas machen wie teams dass wir dann wieder in verschiedenen teams sind aber das sehen wir ja dann so boah das fertig ja haben wir das hier nochmal so esse ich erstmal dieses schweinekotelett hier zum regenerieren so ja dann ein steak und das noch und dann können wir hier auch weggehen und ein bisschen holzfarben und sowas kies brauchen wir erstmal nicht und kies gibt es auch überall das heißt wir können es auch einfach so fahren das ist jetzt nicht so wichtig so 1 komm hier noch 1 zack 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 so gut holz haben wir hier eigentlich können wir da raus das müsste doch gehen oder ja können wir perfekt dann würde ich das hier immer fahren ja gut die dinger bräuchte ich nicht so ich fahre mir jetzt hier einmal kurz das da brauche ich die bäume nicht fällen so ok schweinchen du kommst in die arme danke so bis hier auch ein battle gibt ich weiß es nicht also das stellt sich dann alles noch heraus wie das jetzt hier so alles läuft so ok ich glaube ich habe jetzt alles abgebaut ne ja außer die ecke und die andere ecke ich verstehe gerade nicht warum hier spinnnetze sind also ist das so echt von minecraft gemacht worden egal ich habe braune Wolle ok so wir haben jetzt auf jeden Fall genug Holz so zack zack gut essen müsste ich jetzt auch ein bisschen mehr haben ja ich würde sagen wir könnten hier noch mal kurz den hohen hier weg und ich würde sagen wir gehen in diese richtung hier so so Leder brauchen wir natürlich auch für Bücher so so wir töten hier noch mal kurz die Kuh und das weiße Schaf da wir brauchen nämlich ein Bett oh hier sind sogar zwei aber ich brauche drei bitte ich brauche doch drei ich habe zwei ja ein Schaf brauchen wir noch aber das kriegen wir auf jeden Fall hin so komm her so in welche Richtung wollte ich jetzt in die genau ah hier ist ein Schaf perfekt komm her du Schaf so jetzt habe ich auf jeden Fall ein Bett das ist doch schon mal gut da ist noch ein Huhn sogar zwei zack gut gehen wir jetzt mal in diese Richtung also wir töten jetzt hier auf jeden Fall erstmal alle Türe weil äh das brauchen wir halt das Essen so gehen wir mal hier hin weil hier ist irgendwie ein Loch aua okay hier ist dunkel drin aber ich glaube hier ist kein Erz oder sowas ne ne schade aber auch egal oh hier ist eine Schlucht ah hier ist hier ist tatsächlich eine Höhle warte sollten wir machen uns mal kurz fackeln so kommt dieses Viech her alter oh wir haben jetzt Eisenrüstung geil danke sehr ich habe dieses Viech gar nicht gesehen gerade deswegen egal so jetzt haben wir auf jeden Fall fackeln so packen wir das hier mal kurz in die Dings das hier auch so ja da sehe ich doch schon wieder eine Spinne ach hier oben ist ja auch eins so kriege ich das von hier oben abgebaut ja perfekt perfekt na gut ich habe jetzt keinen Bock da mich hoch zu bauen hätte ich gesagt weiße nicht darunter ich will nicht darunter warte mal das Licht das heißt da ist irgendwas haben wir hier dort ja jetzt habe ich es erweitert hier müsste schon einer drinnen gewesen sein weil da ist Licht da könnte auch Lava sein oder sowas gucken wir jetzt einfach mal sehe gerade ich habe drei Herzen das ist gar nicht gut muss man hier kurz was essen so zack ist hier noch irgendwo Kohle ich habe doch hier gerade noch Kohle gesehen egal kannst du bitte regenerieren da kommt ein Zombie so komm her ja so weg mit dir mhm ja das ist einfach nur irgendwie Licht ja ich würde jetzt aber nicht weiter reingehen tatsächlich weil im Prinzip will ich ja jetzt noch nicht fahren so ich werde ja erstmal hier nur erkunden und sowas so okay Leute ich würde aber sagen das war es mit dem Video wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Liken, Abo und Kommentar da schaut außerdem auf meinen Discord-Saber vorbei der ist unten in der Video-Geschreibung verlinkt ähm schaut außerdem auf meinen Discord-Kanal vorbei der ist auch unten in der Video-Geschreibung verlinkt habt einen traumhaften Tag haut rein Leute euer Sando tschau tschau warte ich kann gerade nicht warte komm her so Moment Leute ich habe es gleich ja ich werde sterben ich gehe hier raus Leute ich hoffe es hat euch gefallen haut rein rein euer Sando tschau tschau euer euer wissen Das war's für heute.